Also die haben jetzt auf jeden Fall noch eine Chance zu bestehen. Erstmal schauen wir jetzt, was TSM aus ihrer letzten Chance macht jetzt hier auch noch weiterhin mit dem Rennen zu sein. Und vielleicht sogar sich jetzt einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Denn sie sind jetzt dran gegen die Flash Wolves. Und wenn die Jungs hier gewinnen, also wenn TSM hier gewinnt, dann müssen die Misfits gewinnen, um dann im Endeffekt nochmal in den Tiebreaker zu gehen. Sollten die Flash Wolves jetzt hier gewinnen, dann gibt es den Tiebreaker zwischen den Misfits und TSM, falls die Misfits nicht gegen WE gewinnen. Also es bleibt auf jeden Fall noch sehr spannend. Sehr spannend. Das solltet ihr auf jeden Fall alles miterleben. Also wer hier nicht aufpasst, der kann schon mal Osaia suchen gehen. Anyway, wir gehen jetzt in die Pick-und-Bann-Fasse demnächst zwischen TSM und den Flash Wolves. Da natürlich auch hier wieder die Situation für die Flash Wolves, die jetzt hier sagen, ja es lief jetzt nicht so ganz gut, aber sie wollen sich wahrscheinlich nochmal in einem Sieg verabschieden. Wie viele Chancen rechnet ihr diesem Team hier ein? Leider nicht viele, um ehrlich zu sein. Denn TSM hat jetzt das zweite Game, lustigerweise immer das zweite Game, performen sie dann wesentlich stärker, weil sie so ein bisschen gestartet sind. Und sie wissen, wie der Gegner performt hat letzte Woche und so weiter. Und konnten jetzt hier auch beweisen, dass sie es auf jeden Fall noch drauf haben, mit der normalen Meta zu spielen. Und Flash Wolves, die sind halt tiltet. Ich denke, was die Sicherheit angeht, beweist sie TSM einfach eine relativ starke Schwachstelle momentan, dass es Doublelift mit relativ vielen Fail-Flashes. Aber wie du auch gesagt hast, wir sind gerade in dem einen Teamfight unglaublich stark, auch Horns an einem Counter-Match-Up, irgendwie drei CS zurückzugehen und an den Teamfight so einen Impact zu haben. Und das Problem, dass wir einfach haben, auch ihre größte Schwachstelle war in den letzten paar Games, der ADC-Betty. Und ich denke, dass TSM einfach da mit ihrer Stärke, die sie auf den anderen Membern haben, das Ganze bei weitem aufwiegen. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie die Flash Wolves jetzt hier diese Partie angeht. TSM hat vielleicht den Vorteil, dass sie jetzt auch heiß sind gerade noch von der letzten Partie. Ja, haben da auch ziemlich gut gespielt, muss man einfach mal sagen. Und trotzdem sind die Missles jetzt natürlich sehr großer Flash Wolves-Fan, denn damit saven sie sich auf jeden Fall den Tilebreaker, wenn die Flash Wolves hier gewinnen. Ja, trotzdem auch was, jetzt sehen wir hier gerade nochmal Doublelift eingeblendet. Welchen Impact hat er überhaupt jetzt hier heute schon gehabt? Und es wurde auch schon vorher so ein bisschen gesagt, ganz in Form ist er nicht, oder? Nee, also auch eben in dem Game war er nicht wirklich safe. Man hat auch am Ende gesehen, dass er zu Björkse gegangen ist und sich quasi so ein bisschen bedankt hat und erst mal durchgeahmet hat, weil er weiß, dass er da nicht sonderlich gut gespielt hat. Klar hat er sein Spray & Pray getroffen, aber das ist halt eher Taste drücken und Rechtsklick runter. Aber der wahre MVP war halt Björksen und Doublelift am Anfang in der Laning Phase ja auch ordentlich unter Druck, viel gestorben und deswegen glaube ich Björksen hier eher das Carry-Potenzial. Gut, wir gehen jetzt rein in die Pick- und Bann-Phase zwischen TSM und den Flash Wolves. Für TSM natürlich noch weiter ein sehr wichtiges Match, gerade auch in Bezug auf den Tilebreaker gegen die Missfits, weil man kann sich hier einen Vorteil erschaffen. Es wird sehr früh rausgenommen und natürlich kann ist da was sonst. Also TSM will dir wirklich, sie sagen sich, wir sind das bessere Late-Game-Team, wir nehmen einen Early-Game-Jungler schon mal raus, damit ihr dann kein Schieß-Potenzial habt, mit sehr frühen Ganks, 2. Minute 30 mit Double-Buff, es wäre sehr, sehr stark. Und eins, was man Doublelift generell für den heutigen Spieltag zugutehalten, er hat beide Male einen sehr immobilen Hyper-Carry gespielt, mit anderen Worten, große Verantwortung haftet auf seinen Schultern, was das Damage-Position angeht und er hat relativ wenig Tools, also Werkzeuge, um irgendwie das effektiv einzusetzen, sich neu zu positionieren. Und wenn ihn in seinem Team relativ umstichlecht wie im ersten Game, dann ist es auch klar, dass er etwas schlechter aussieht, aber er muss auch selbst an seinem Positioning arbeiten, was diese Mid-Game-Team angeht, auch nicht so gecatcht zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass TSM hier für sowas wie eine Lulu-Tristaner oder Lulu-Kogma-Botlane gehen wird, einfach um Doublelift so ein bisschen Sicherheit zu geben innerhalb des Botlane-Matches ab. Flash-Force würde ich an der Stelle sogar raten, eines der beiden Sachen zu bannen. Gucken, ob sie das jetzt hier im letzten Bann machen werden, denn ich würde versuchen, den Doublelift auf dem Twitch zu halten, weil er halt eine unsichere Stelle ist und in der zweiten Rotation dann irgendwie versuchen, vielleicht Birx noch rauszuhauen. Ja, letzter Bann geht gleich raus, Xayah wird jetzt auch noch rausgenommen, das bedeutet Rakan, die ganzen Arden-Supports, die sind aktuell noch im Spiel, Jenna und Lulu natürlich auch noch zu haben, letzter Bann sollte jetzt rausgehen. Es wird ein Jarvan, also damit auch wieder die Top-3-Banns raus und dementsprechend schauen wir mal, was jetzt hier draus gemacht wird. Lulu wäre natürlich jetzt die Möglichkeit, first zu picken. Cichuani ist offen und die hat eigentlich auch gerade gut funktioniert. TSM hat ja alle Möglichkeiten, theoretisch. Sie können für einen guten Arden-Support gehen wie die Lulu, wie ich eben schon angesprochen habe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie jetzt Lulu-Tristaner oder Lulu-Kogma gehen möchten. Auf der Seite von Flash-Force würde ich den Echo jetzt nicht gut finden, weil Cichuani ist offen, Jenna ist offen. Jenna braucht man jetzt noch nicht picken in der ersten Votation, vielleicht auch erst in der zweiten. Aber ich würde mir definitiv die Cichuani wünschen. Ich finde es total toll von TSM einfach zu sagen, wir geben euch Cichu, wir haben gesehen, dass ihr mit einem 7K-Gold-Lead und 3400 Raxes noch geschafft habt, ein Game gegen ein Team zu verlieren, das keinen Arden-Support hatte. Das heißt, wenn ihr ein langsames Game spielt, darin fühlen wir uns auch wohl, da denken wir, dass wir im Makro-Game euch bei weitem überlegen können. Man nimmt jetzt sogar, oh, na, man weiß es noch nicht so genau. Also man muss ja mal aufpassen, solange der Timer noch läuft, kann hier noch alles passieren. Cichuani macht schon wesentlich mehr Sinn. Aber man müsste vielleicht dann jetzt leicht die Jenna picken, weil sonst werden die Supports wahrscheinlich rausgebrannt. Ja, es wird wahrscheinlich auf einen Support-Last-Weck hinauslaufen, dann können natürlich andere Champions jetzt fokussiert werden und man kann vielleicht TSM ein relativ leichtes, dominantes Midland-Match-Up geben, denn Maple war ja, wie Nickelodeon auch schon gesagt hat, der einer, der auf Ryze wirklich gut gespielt hat im Spielverlauf, aber der Champion selbst hat dann vom Potenzial her eigentlich das Play-Making gehabt, um die Flash-Woffs zum Sieg zu verhelfen. Cain wird jetzt hier noch gehofft, also viele schon gehoffert. Nein, aber mehrere Sachen. Aber im Endeffekt wird es jetzt Gagas, was wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Ja, Gagas ist so ein bisschen das Gegenstück zu Cichuani. Jetzt kommt Tristana, das ist fast hundertprozentig. Tristana ist eigentlich so gut wie safe. Und dann haben wir auch genau die Botlane, die ich angesprochen habe, auf der sich Double-Wifft auch wohlfühlt. Und die Tristana haben wir heute schon gesehen, die ist ja mobil. Also die ist da teilweise CC-immun. Ich hoffe, dass es nicht noch einmal Twitch wird. Einfach weil er dann, das Spiel, das sieht schon sehr langsam aus. Tristana hat eine längere Power-Kurve als Twitch, einfach weil sie später mehr Range kriegt und auch Items in dem Sinne mehr braucht, um zum richtigen Hyper-Curry zu werden. Aber sie bringt die Sicherheit mit. Und dadurch, dass das Spiel automatisch langer wird, da wir auf der Gegnerseite Cogma Cichuani sehen, ist das einfach sehr, sehr, sehr viel sicherer. Ja, TSM will hier auf jeden Fall forcen, dass Flash-Woffs in ein Skill-Match abgeht und nicht in ein, ähm, also keins der beiden Teams wird hier outbanned großartig. Jeder kriegt so seine Picks. Aber TSM ist confident, dass sie Flash-Woffs besiegen können. Was ich auch glaube, weil 05... Sie sind immer 05, genau. Was soll man sagen? Da kann sich TSM durchaus schon sicher fühlen. Jetzt werden wir auch sehen, welche Lane Flash-Woffs denn jetzt in ihrer zweiten Mann-Rotation preferieren werden. Der Jenner-Pick kann uns nicht überraschen. Und im Endeffekt, TSM hat jetzt noch kein Hard-Engage. Jenner kann dagegen auch sehr gut fungieren. Aber natürlich haben beide Teams sehr viel Disengage schon. Das heißt, wir werden wirklich lange Teamfahrt sehen. Und gerade das Marco-Game, das am Anfang stattfindet, wer zuerst wo Pressure hat, wer den Turret kriegt, das wird ganz, ganz relevant sein. Gerade weil wir heute irgendwie die Münze so geworfen haben, dass tausende Inferno-Drags spawnen. Ja. Das war der beiden Rotation. Du hast es angesprochen. Man muss sich jetzt hier entscheiden. Rise wird jetzt rausgenommen. Obwohl ihr beide gesagt habt, ja, so ganz große Impacts hat er ja bisher noch nicht. Trotzdem wird er immer wieder priorisiert. Und jetzt wird er auf jeden Fall nicht gespielt werden. Wirkstein hat ihn auch schon einige Male jetzt gespielt. Das ist halt immer so die Sache, wenn er etwas eine hohe Pickrate hat, dann hat das auch meistens eine hohe Lose-Rate. Einfach weil auch Spieler, die sich vielleicht nicht richtig wohl auf den Champion fühlen, denken, dass sie den auch mitnehmen müssen und Pressure in der Lane aufbauen können und gute Recalls. Und das haben wir bei Rise wirklich gesehen, dass er aber dann im Mid-Game-Teamfighting und auch im Late-Game-Teamfighting einfach sowas wie Cassio, Oriana, Syndra auch Pressure-mäßig total unterlegen ist. Apropos Syndra, Syndra ist noch offen. Könnte jetzt hier vielleicht sogar noch gebannt werden. Syndra und Cassio sind sogar beide noch offen hier. Cho'Gard natürlich auch noch offen für die Top-Lane. Ja, die Top-Lane relativ interessant. Ja, aber Cho'Gard ist für beide Teams in diesen Coms sehr, sehr eigentlich nicht wirklich attraktiv, einfach weil er so leicht gekytet wird und beide Teams sehr viel Disengate schon gedraftet haben. Denn Cho'Gard möchte nicht von Jenna Kogma gekytet werden und auch nicht von Tristana Ludo mit Grager Seju. Mao Kai Shen wäre hier eher was für die Top-Lane, glaube ich, um das zu picken. Natürlich, Cho kann man, also, ich glaube nicht, dass man großartig loost, wenn man Cho picken würde. Klar, er ist halt immer noch Stats und ein gutes Kid. Aber rein von den Coms her, würde schon wesentlich mehr Sinn machen, wenn man da Mao Kai oder Shen für Top-Draftet. Wie gesagt, Ryze, Gott sei Dank ist er raus. Also, ich will die beiden Teams darauf nicht sehen. Und nochmal auf deine Frage, warum der so oft gepickt wird, aber trotzdem so oft verliert. Er hat natürlich eine hohe Pick-Rate und auch eine hohe Priorisierung, denn Teams, die halt wirklich gut sind, also setzt da einen Faker hin und ich segne dir den Ryze sofort ab, weil das funktionieren wird. Aber, so wie Tolkien schon gesagt hat, Leute, die sich nicht sicher sind auf Ryze, performen halt wesentlich schlechter als andere Mitlainer. Gut, Korki jetzt eingeloggt für die Mitte. Also, es ist halt wirklich, wir sehen drei aggressive Mitlainer, die gebannt wurden und jetzt wird ein sehr, sehr, sehr sicherer Mitlainer gepickt. Das heißt, wir müssen wirklich auf ein langsames Game bewegen werden. Sind wir aber übrigens noch offen. Ich hoffe auch, dass dieser Champion kommt, obwohl er gegen Korki nicht, sondern nicht stark ist, denn er kann sehr früh Hextrinker gehen. Denn momentan sehen wir jetzt wirklich auf der Flash-Off-Seite Double ADC, wahrscheinlich wird Double Frontlineer, also Tank Dustwick und Arden Support sein und TSM scheint sich in eine ähnliche Richtung zu bewegen. Ja, Mau Kai Shen ja immer noch offen und dementsprechend denke ich auch, dass das einer der beiden sein wird. Auf TSM-Seite entscheidet man sich für Chogart. Ja, Stats und halt das Kit ist einfach nur super stark. Ist jetzt im Match-Up wahrscheinlich nicht das Beste, aber es reicht halt und, wie angesprochen, Björksen auf der Kassiopia gefällt mir sehr gut. Ich denke, dem Gedanken, wird auch TSM gefolgt sein. Wenn Sie denken, Maokai oder Shen werden wahrscheinlich von Flash-Offs der letzte Pick sein. Demgegenüber hat Trandl eine sehr gute Laning-Face und kann vielleicht relativ viel Druck ausüben. Dementsprechend nehmen Sie es in Kauf, dass er von diesen beiden ADCs, der eine geht Rapid-File, kann dann der andere hat sein W, dass er von denen gekitet wird. Das nehmen Sie in Kauf für eine relativ gute Laning-Face und halt das Potenzial zu Snowballen. Renekton wird hier gehabert genauso wie Trandl. Renekton gefällt mir gar nicht in dem Match-Up. Vielleicht hat Flash-Offs da was vorbereitet, aber Renekton meines Wissens ist kein Winning-Match-Up gegen Choga hat eigentlich sogar eher ein Losing-Match-Up. Es ist kein Winning-Match-Up, definitiv nicht. Gut, weil die Teams sind komplett. Flash-Offs jetzt hier mit der letzten Möglichkeit, hier nochmal einen Sieg zu holen. Für die Misfits wäre das natürlich gut, TSM möchte hier aber natürlich gar nichts abgeben. Wem gibt es das Match? Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn die Flash-Offs das hier reißen würde, aber ich muss es TSM geben, weil sie eine bessere Draft haben und auch besser spielen. TSM ist das bessere Team und die Draft gefällt mir deutlich besser. Gut, vielleicht können wir auch nochmal ganz kurz schauen, was hier so passiert. Aber wir geben jetzt ab an unsere beiden Kommentatoren, die sind natürlich ready und das sind Behat mit Bart und Zola. Ja, wir sind natürlich wieder beide ready am Start. Lasst uns nichts entgehen von der ganzen, ja, von dem ganzen Spiel, was jetzt passieren wird. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Flash-Offs das gewinnen wird. Der Top-Lane-Pick, ich hätte Trundle besser gefunden als Renekton auf jeden Fall. Aber man hat sich dafür entschieden, vielleicht hauen sie jetzt nochmal irgendwas raus, wollen vielleicht auch irgendwo nach vorne kommen. I don't know. Es ist sehr strange. Also Renekton ist halt normalerweise ein Charakter, der im Early-Game nach vorne kommen möchte und dann ist er auch gut, aber nicht zwingend gegen Shogart. Und der Rest ihres Teams ist komplett Late-Game, wo halt Renekton wieder abfällt und Trundle vielleicht sogar noch ein Stück besser gewesen wäre, einfach um die gegendorischen Tanks schneller bürsten zu können. Also die Theorie, dass man natürlich auf einer Lane Early-Pressure haben möchte, um dann die anderen Lanes ins Scaling zu bringen. Ist ja erstmal nicht abwegig, aber ich stimme mir auch immer zu, dass Renekton sehr, sehr schnell die Pressure gegenüber Shogart komplett verliert. Also sobald Shogart dann ein bisschen Tankiness aufgebaut hat, kann straight ab Rüstung rushen. Sobald er dann ein bisschen live durch seine Ultimate bekommen hat, wird es sehr, sehr schwer für Renekton dann auch irgendwas zu machen. Mit Cedroani kann man den aber Early definitiv campen und wenn sich eben Early-Game alles rund um die Top-Lane dreht, dann geht die Pressure hauptsächlich natürlich auch von der Bot-Lane runter und Kogma ist ein Champion, den wir jetzt hier historisch in Worlds schon häufiger gesehen haben und auch häufiger mit sehr hartem Carry-Potenzial und das könnte auch hier nicht anders aussehen. Kogma, bester Champion gegen Shogart aufgrund seines Max-HP-Damages auf dem W. Dazu wird es hier vielleicht auch noch ein Blade of Durian King werden auf lange Sicht hin. Also die Team-Komp von Flash-Mo sieht gar nicht so verkehrt aus. Renekton, der wird ja auch echt ziemlich tanky, das darf man nicht unterschätzen. Also der wird wahrscheinlich auf ein, zwei Damage-Items gehen und dann auch Richtung Full-Tank bauen und auch eine ganze Menge aushalten. Plus eben weiterhin mit Further of Battle und den Early-Damage-Items eine Bedrohung für die Backline sein, dadurch, dass er eben doch sehr hohen Burst-Damage hat. Aber wir haben gesehen im letzten Spiel, TSM kann Spiele trotzdem sehr sicher runterspielen, sobald sie mal ein Lead haben, können ihre Team-Komp sehr, sehr gut ausspielen und Tristana ist immer noch Double-Lifts-Markenzeichen-Champion aktuell. Da kann er sich eben aus Situationen, in denen er eben mit Twitch zwei, drei Mal gestorben ist, auch Easy noch befreien. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie er damit performen wird. Bot-Lane, wird jetzt denke ich nicht wirklich spektakulär. Wir haben auf der einen Seite Relic-Shield, auf der anderen Seite Dorans-Shield. Nimmt sich nicht so viel, aber Early-Game würde ich die Pressure auf jeden Fall auf der Seite von TSM sehen. Sollte TSM dieses Spiel gewinnen, Missfits gegen Team WWE, dann haben wir wieder einen kompletten 3-Way-Tie, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wenn jetzt TSM verliert und Missfits verliert, haben wir den Tie zwischen den beiden Teams. Und wenn TSM verliert und Missfits gewinnt, dann haben wir glaube ich nur... Wenn TSM verliert und Missfits gewinnt, dann ist Missfits weiter. Nee, dann gibt es einen Tie zwischen Missfits. Dann gibt es einen Tie zwischen Missfits und WWE, wenn ich mich nicht irre. Obwohl das halt eigentlich gar nicht so entschuldigt. Ratedeat hat das Hinspiel gegen Missfits gewonnen, richtig? Die haben gegen TSM verlor, aber gegen Missfits gewonnen. Ja, dann würde Missfits... Also wir haben quasi so oder so mindestens einen Tiebreaker, wenn ich das nicht verstehe. Nein, 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 nein. Es sei denn, TSM gewinnt jetzt und Missfits verliert. Oder? Missfits steht gerade 3-2. Ja, wir stehen beide genauso leicht. Also wenn TSM jetzt gewinnt und Missfits gleich verliert, dann ist TSM weiter und Missfits raus. In allen anderen Konstellationen, die wir uns jetzt hier gerade ausrechnen konnten, wird es einen Tiebreaker geben. Dann schauen wir auf jeden Fall. Also sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht kriegen wir noch ein Bonusspiel. Bei den heutigen Games fände ich es nicht mal schlimm, weil die alle ziemlich gut waren. Flashless... Generell, also ich fand auch die Tage mit Fnatic waren halt ein... Ja, vor allem hat Fnatic sich halt gemacht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe Fnatic... Ich habe nicht gedacht, dass jetzt der Group Stage rauskommen, aber die haben sich halt die Zeit nicht verbessert. Von 0-4 auf 4-4. Ich habe es halt schon vorher nicht gedacht, also vor der ersten Woche der Group Stage auf der Botlin jetzt. Der Trade hier gegen Betty, das wird TSM einfach matchup-bedingt immer gewinnen. Lulu ist Lane-Dominanter als den Jenner und auch Tristana ist hier ein bisschen stärker als Kogmar. Allein schon wegen der Bombe, die sie dann auch Man darf aber den Kogmar trotzdem echt nicht unterschätzen. Also Early-Game-Damage hat er auf jeden Fall. Spielt mit Warlords genauso wie auch Doublelift, hat durch Dorans Shield ein bisschen mehr Sustain, aber jetzt sehen wir eben den Top-Lang-Eautonser ist tot. Er ist straight-up tot, kann hier nichts machen. Und genau... Fassplatt! Will er noch flashen? Bitte flaschen. Oh, Luhm! Ah, aber der Kill geht an Kasa. Schön geflasht. Nicht rough. Ja. Ist es nicht. Ist nicht rough, weil er ist trotzdem tot. Klar, er hat den Flash von Seju bekommen, aber beim nächsten Gank ist er auch wieder tot, ohne dass Seju flashen muss. Also, ja, ich meine... Aber so musst du es jetzt halt auch ausspielen. Klar, er hat da wahrscheinlich so kleinen Hoffnungsschimmer gesehen, hat vor allem den Kill von Renekton fernhalten können. Ich glaube, das war so ein bisschen das Entscheidende. Er hat quasi den Kill auf Kasa geschoben. Ja. Aber... Verblaine schön und das Engage mit dem Bögel von Jenner. Berrier wurde jetzt sogar schon gezündet. Und da geht man für einen sehr harten und langen Trade. Der Trade ist gar nicht so schlecht, ne? Ja. Man hat vor allem... Aber es muss halt alles von Jenner aus. Aber man hat aber nur einen Summoner benutzt seitens Flash Wolves. TSM hat gehealt und Berrier genutzt, während Flash Wolves den Healer zur Verfügung hat und natürlich auch dank Dorans Shield mehr Sustain hat. Was natürlich ziemlich nice ist mit Berrier ist, du kannst bei Tristana wirklich einfach kurz bevor die Bombe explodiert das Ding rocken, weil dann auch wirklich jedes einzelne Prozent des Schildes effektiv ist, weil das ist nun mal immer noch ein Nachteil, denen ein Barrier oder Schilde genere gegenüber Heal haben. Es kann sein, dass ein Schild ins Leere geht. Du kannst Barrier drücken, wenn kein Damage rüberkommt. Summoner geracedet. Ja. Mit Heal passiert das nicht. Und jetzt der nächste Gang. Du bist tot. Wenn die das gut spielen, bist du tot. Vor allem, weil der nach oben hin steht und dadurch, dass die C-Instant sitzen würde, wenn man hier rauf geht. Das haben wir gesehen. Eigentlich schon. Warum gehen die nicht rein? Kasa, warum gehst du nicht? Ah, die warten auf den Counter-Gang. Aber die sehen das. Der weiß das. Der weiß das safe, oder? Oder sehen das nur wir? Der Skaren ist jetzt halt da. Da kommt auf jeden Fall der Engager-Faunzer, der versucht, sich zu wehren, aber es reicht halt nicht. Da kommt dann Skaren ein kleines bisschen zu spät. Das sehen nur wir, oder? Also das kann... Ich hoffe es, weil sonst würde ich mir nicht erklären, warum er so weit vorne gestanden ist. Also genau, es wäre auf der einen Seite super unverständlich, warum hier Hornsler trotzdem stirbt, wenn man diese Animationen sieht. Und das würde zu viel verraten. Aber es wäre auf der anderen Seite auch super unverständlich, wenn man diese Animationen sieht, weil es halt... Also, es ist auch wieder... In der Vergangenheit war das Standard. Zum Beispiel konnte man sehen, wenn jemand mit Frozen Heart zum Beispiel im Busch ist. Man konnte sehen, wenn Fiddlesticks im Busch ist. Aber hier konnte man es anscheinend nicht sehen und dementsprechend... Da hätte man mit Flash vielleicht ein bisschen was machen können. Wobei... Bei Tarek siehst du es halt, glaube ich, auch nicht. Wenn Tarek dann beide... Ich glaube, das haben die irgendwann mal komplett gefext. Naja. Aber ja, Early Game jetzt hier, 0-2 Chogart, 15 CS hinten, Renekton 1-0-1. Guter Start für ihn. Nur wir haben schon häufig gesehen, dass Chogarts Early Game behind fallen und dann aber 20 Minuten später trotzdem einfach nur 200.000 Leben haben und alles wegdenken. Also, nur weil jetzt hier Early Game Flash of 2 Kills top bekommen hat, heißt das erstmal noch gar nichts. Der Bot-Side sieht ziemlich anders aus, da... Hier ist Farm-technisch vorn, Pressure-technisch geht sogar. Man sieht es gerade, die Traits gehen gar nicht mal so nice aus. Aber, wann wir die ersten Gangs von Svenskeren sehen werden, die auch Erfolg haben, das wird so ein bisschen die Frage hier sein. Das könnte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, weil er keinen Flash zur Verfügung hat. Das stimmt, ja. Mit Flash ist Kragas halt extrem gut, auch schon im frühen Spielverlauf, ohne... ist er ein bisschen schwieriger, mehr zu seinem... Das macht man gerade echt gut mit dem Rift schon. Also, Sword Art muss man ja echt loben, Betty kommt auch nochmal raus, positiv bei diesem Trade, weil Svenskeren nicht dazustoßen konnte. Ja, das sieht wirklich gut aus. Mit einem Flash wäre es besser gewesen. Da hätte er halt auf jeden Fall Svenskeren ran gekonnt, mit dem Power Power. Aber ich denke auch, dass da keine Kearprusher da gewesen wäre, weil man hat Barrier, man hat hier, Svenskeren ist Level 5, also... Botlane schlägt sich hier wirklich nicht schlecht, der Farmvorteil ist natürlich ein bisschen unschön, aber auch das mit Kogmar verkraftbar, weil du mit Kogmar natürlich einen viel früheren Power Spike hast und auch einen viel unabhängigen Power Spike. Die Items von Kogmar, die scalen nicht so krass miteinander, wie es bei Quid-AD-Carries der Fall ist. Er geht wahrscheinlich hier auch Ginsus first, da bringt dir allein schon der Rekursivbogen extrem für Extraschaden und sobald du Ginsus fertig hast, hast du dein Core-Item-Bild quasi am Start für zumindest 2v2. Mit Runans kannst du natürlich dann mit Arnd Sensor unglaublich viel machen, aber er muss auf jeden Fall nicht ganz so lange auf seine Items warten, die es interessanter machen muss, bevor man anfängt, wirklich massiv damage-off zu hauen. Und hier Toplane. Bin ich mal gespannt, wie sich Haunter davon erholt, 30 CS jetzt hier hinten zu sein. Vielleicht hat er wieder zur Verfügung und ja, noch ist diese Phase nicht erreicht, wo man sagt, okay, es ist Chogar, der ist zu tanky, der wird von der Nenken nicht mehr bedroht, weil ich meine, was hat er denn? Er hat Ninja-Tubbies, Dorans Ring und ne Kette. Am Level 6 hat Horns zumindest die Möglichkeit, sich ein bisschen zu wehren. Also was sie in Tower-Dive wird schwer, weil der Damage, den Chogar dadurch bekommt, halt doch schon recht gut ist. Hier in der Mitte zieht sich Maple nochmal ein bisschen zurück, wollte halt dem Gegner-Ocean-Changler ein bisschen was denyen. Funktioniert mit Korki ganz gut. Er kommt auf jeden Fall gut zurück. Oh, wie ist es hier auf der Botlane? Das ist nicht schlecht, weil TSM aktuell keine Vision hat und dadurch ziemlich aufpassen muss. Sie haben keine Ahnung, wo Kasa aktuell ist. Damit kann man diesen CS-Unterschied so ein bisschen negieren. Wir sehen auch bei Betty sehr, sehr passiver Item-Build. Hat sich für Ninja-Tubbies first entschieden und nur zwei Däuche eingepackt. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ninja-Tubbies natürlich gegen eine Trissana nicht verkehrt, aber ansonsten haben wir ja null Physical Damage und null Auto-Tag-Schaden. Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Entscheidung unterstütze. Also Ninja-Tubbies ist somit der einzige Weg, wie du dich als Kogma oder als AD Carry generell im Early-Game Tankier machen kannst, weil du kannst dich einfach mal einen Rubin-Kristall kaufen oder so. Das nimmt dir zu viel Platz weg und delayt deine Items zu sehr. Aber im Endeffekt gibt er jetzt hier natürlich bei Ninja-Tubbies auch sehr, sehr viel Gold für den Movement-Speed aus und eben für diesen Attack-Damage-Reduce und gibt dafür eben selbst relativ viel Schaden aus. Nun muss man natürlich bei einem Kogma argumentieren. Kogmas Base-Damage ist immens hoch und er scale-t eben mit Attack-Speed und er hat ja Attack-Speed, aber... Ja, schauen wir mal, ob ich mir das nicht sogar so ein kleines bisschen sagen kann. Jetzt ja auch nicht die typischen AD-Kripple, den sonst alle AD-Carries momentan bauen. Bot-Lane musste man jetzt die Ults zünden, vor allem für den Disengage von Betty. Schöner Flash, um Sans-Geran aus dem Weg zu gehen. Auch Swordart muss seinen Flash den Nutzen, kommt aber damit zumindest nochmal durch das Fass von Gragas unter den Tower in Sicherheit. Top-Lane wurde man wahrscheinlich abgebrochen. Vielleicht hat man auch einfach den CP selbst unterbrochen, aber Honza hat da genügend Möglichkeiten, um MMD in Schach zu halten. Aber man sieht, Small V1 macht auf jeden Fall keinen Spaß. Also hätte er den Knock-Up da gesidestappt, dann wäre es gefährlich geworden. 40 fahren jetzt auch der Unterschied, also er wird immer größer und Maple, der möchte jetzt sogar Tower-Diven, wird hier noch nicht gespottet von einem Ward, also Honza, der ahnt das Ganze, entfernt sich jetzt von seinem Turret, aber ich meine, das ist auch nice für Flashless, First Blood Turret hier an der Stelle, kann man sich definitiv nicht beschweren. Währenddessen hat sich Karsa auch um Division rund um Infernal Drake gekümmert, dass da TSM nicht sneaky-beaky das Ding wiederholt, so wie im Spiel gegen Misfits. Und jetzt kann man sogar noch mal ein paar CS hinein, 50 Farms ist dieser Renekton Thorn, kriegt jetzt hier Turret First Blood, ist zwei Level über Honza und wahrscheinlich knapp 2000 Gold Thorn, das ist wirklich ein brutaler Forder, da sehen wir was, genau, 2100 Gold, der hat fast doppelt so viel Gold wie Honza aktuell. Er hat auf jeden Fall sogar den ordentlichen Vorsprung aufbauen können, obwohl wir ja gesagt haben, das Matchup ist jetzt nicht das Beste, Renekton hat halt am Anfang des Spiels auf jeden Fall die Oberhaken. Aber Renekton ist auf jeden Fall ein Champion, der eben so eine Early Lead wie durch die 2-10-Joh-Arne-Gangs extrem gut aussieht. und er braucht die halt auch. Mindestens die ersten 20, 30 Minuten, also ich denke spätestens, wenn Chogart jetzt hier sein Righteous Glory und vielleicht noch ein Rüstungseitem fertig hat, wird es wirklich unschön werden. Aber auch da kann natürlich MMD gegen vorgehen, also mich würde nicht wundern, wenn sein Item-Milk hier Black Cleaver into Blade of the Ruined King heißt, dann wiederum müsste sich Hornstar für eine Bramble Vest entscheiden. Also bin ich gespannt, wie der Item-Bild da auch jedenfalls bei beiden ausfallen wird. Wir sehen Black Cleaver jetzt schon fertig, Minute 12. Das ist immens, weil da kann er jetzt wirklich den meisten... Hörnstar hat nichts. Er hat halt ein Kristall, was so ein bisschen Base-Lebensregel hat. Er war jetzt auch Schlänger nicht mehr Base, das darf man nicht vergessen. Aber mit dem Black Cleaver kann Hornstar im Prinzip jetzt aktuell noch keine effektive Rüstung stacken gegen MMD. Also kann er nicht und leben gut. Das wird er durch seine Ultimate kriegen, keine Frage. Blade of the Ruined King wäre halt für die One-on-Fights nochmal sehr gut. Das ist ja die Frage, was wir vielleicht machen wollen. Wollen sie splitpushen oder wollen sie splitpushen? Ich denke, dass wenn MMD hier auf Blade geht, er Chogart von dem Teamfight weghält und dann 4 gegen 4 Force, das Ganze gar nicht so verkehrt ist. Oder aber er sagt sich, ich habe jetzt Early Game mit Chogart klein gehalten, ich gehe jetzt auf Full Tank und lasse dann im Teamfight den Kogmart die Arbeit machen. Das wäre natürlich auch möglich. Ich meine, sie sind hier, wir hatten darüber gesprochen, mit der Hard Scaling Comp aktuell 2000 Gold vorn. Klar, die 2000 Gold liegen nicht auf den Scaling Champions, sondern die liegen auf Rennington und natürlich auch Cichuani, aber das ist trotzdem eine gute Ausgangslage und weder Botlane noch Midlane wurden hier aktuell von TSM gepunished. Also Koggi und Kogmart mit dem Free Farm 12 Minuten lang können sich jetzt aber gleich ändern. TP kommt raus, man will hier einen Play machen. Oder auch? Einfach weil sich TSM hier rechtzeitig zurückgezogen hat. Aber jetzt hat TSM einen TP Vorteil und das zum Zeitpunkt des Infernal Drakes und die Vision von Flash Wolf. Sie wurde zwar nicht komplett denied, aber die ist jetzt auf jeden Fall schon mal geschrumpft. Also da muss jetzt Flash Wolfs aufpassen. Ich glaube, eine schlechte Idee wäre hier gar nicht den... Wobei, im Moment, der Hornster hat hier immer noch keinen Spaß. Flash ist ready, wird hier vielleicht auch benutzt werden von MMT sogar. Ah, Hornster, Flash dann auch mal über die Wand. Ja, aber der ist jetzt hier im Bedrängnis. Man muss das jetzt clever spielen. Ja, er versucht nach oben zu laufen. Er wird einfach versuchen, sich irgendwo zurückzuteleportieren. Und Kaza, die sind alle da. Ich glaube, ja, man liest das richtig. Man läuft nicht auf die Lane. Er wird gierig. Er wird gierig. Erstmal ein Hubmessen. Er wird gierig. Okay, das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Execute es echt clever. Also da hätte ich fast schon gedacht, dass Kaza ein bisschen mehr chase. Weil das war ja der einzige Weg, den er nehmen konnte. Sie haben ja den Pinkman. Oder auf die Toplane. Ja, aber... Nein, nicht. Sie haben ja den Pickwood im River. Aber wenn er sich erst mal Insect versucht von Doublelift... Polymorph, damit kann man hier auch wenig machen. Barry ist aber noch ready und schon wieder Sorda mit dem Disengage. Diesmal kommt Maple, der Bio-Frost hat damage. Viel zu hoch. Maple zerlegt ihn einfach im Alleingang. Auch Sven Skjeren kann sich hier nicht halten. Let's down on deck. Sorgt für den Double. Jetzt aber auch Pioxen. Und das ist der Televorteil von Hauntzer. Betsy, ja, der hat keine Chance. Betsy geht down, Maple. Oh, Doublelift und Maple. Der hat aber noch Barrier Maple. Kommt da nicht mehr ran. Aber guck mal, mit der Passiven holt sich nochmal den Kick. Ich dachte, das hat Doublelift selber auch nicht gesehen. Der müsste den Sprung ready gehabt haben. Währenddessen aber Kasa in der Midlane mit dem Herald. Also obwohl TSM jetzt hier gerade gut... Und Toplane hast du immer noch Reddick, das würde T2 dauern. Oh mein Gott. Also TSM hat versucht jetzt hier gerade ein Play zu machen, haben mit dem Midlaner nach unten rotiert, mit dem Toplaner nach unten teleportiert, verlieren dafür aber Mitte T1, Toplane T2 und in der Midlane sogar noch ein bisschen von ihrem T2-Turret sind 5000 Gold jetzt hinten. Das lief definitiv nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Ja, auf jeden Fall nicht. Der Trade gegen an Flashless, auch wenn man bei den Kills relativ gleich geblieben ist. sind die Türme halt hier an der Stelle entscheidend. TSM wird sich jetzt versuchen den Höllendachen zu holen. Wir haben jeden gelernt bei Skalierenden-Kommens sind die Höllendachen halt richtig. Also das ist wirklich wieder ärgerlich, dass man hier seitens Flashless 5500 Gold vorne ist und trotzdem den Infernal Drake abgibt. Ah, bittere Sache. Also klar, man musste jetzt gerade so ein Stück halt resetten, weil natürlich gerade Toplane und Midlane da ordentlich reingepusht haben. Aber das ist halt echt bitter. Da wird vor allem TSM mit der Cassio wieder richtig hart von produzieren. Genau das ist es nämlich. Ich weiß heute nicht, ob Flashless, ich denke ja gut, bei uns geht's halt verhältnismäßig so, was, ähm, also wir haben's halt nicht zwingend nötig. Unser Scaling ist trotzdem gut. Aber den halt einfach den Gegnern zu den Nein, ist halt schon ein Punkt, den du nie vernachlässigen solltest. Das war halt gut gespielt. Train-Tech-Versuch von Doublelift nicht schlecht, aber dadurch, dass die Jena-Ult, bzw. Jena-Q nochmal so viel Zeit rausgeholt hat, konnte Sandscrim darauf nicht folgen. Maple TP hat sich erst als, sah aus wie ein Fehler und dann hat er einfach Biow-Force komplett eliminiert. Also normalerweise Corki TP ist nicht so gefährlich, aber da hat er gerade Trinity-Power-Spy gehabt. Schöner Flash-Stun, Flash-Ultimate dann aber von Björksen. Holt sich hier als erstes Maple, beziehungsweise weiß nicht, er switcht immer von Maple auf Betty auf Maple auf Betty, was er gerade treffen kann und dann Doublelift. Kriegt jetzt hier den Kill? Ah, okay, nee, er hätte nicht springen können, das war so eine halbe Sekunde, ärgerlich. Er hatte quasi links den Corki und rechts den Kockabwürse. Also da hatte Doublelift nicht, er hätte vielleicht nach oben in den Busch gehen können, aber dann hätte vielleicht auch wiederum die Rakete von Maple getroffen, also das war schon ganz gut gemacht. Jetzt versucht man hier seitens Flurfs vor Support-Lane aggressiv zu werden, Karsa in der Nähe, aber Sandscrim weiß da seinem Team zu helfen. Ja, das sieht so aus, als würde MMB tatsächlich gegen Titanic Hydra gehen, so die Off-Tank-Variante. Du hast halt immer noch einen ganzen Batzen Damage, aber hält es halt mehr aus. Kann es halt auch, wenn es zum Teamfight kommen sollte, wirklich engagen, versuchen an die Backlern rankommen und zu bedrohen. Jetzt allerdings hier mit der Tower-Live-Möglichkeit. Maple ist auch mit dabei und da kommen alle Fähigkeiten raus. Doublelift springt nochmal, hält sich auch sehr lange am Leben, vor allen Dingen aufgrund von seinem Leist-Deal, 3-0-Trade, sauber. Einfach nur sauber. Kann man nicht anders sagen. Das hat ihm hier wirklich lange das Leben gerettet, aber es reicht halt nicht. Man muss dann halt auch einfach wieder argumentieren, Hornster hat gerade mit dem TP-Vorteil Botlane einen 2-2-Trade bekommen und Flash-Force hat mit dem TP-Vorteil 3-0 getradet und kriegen jetzt einen Turret dafür. Klose, richtig gute Vision im Gegner-Jungle. Also aktuell kann Flash-Force mit den Ressourcen, die sie haben, viel, viel mehr anfangen. Und wir dürfen nicht vergessen, sie haben die Scaling-Comp. Sie haben Corki Kogma mit das beste Late-Game, was du rein Damage-Technik haben kannst. Bisschen viel Magic-Damage. Kassio finde ich noch einen Ticken besser. Also Kassio Kogma finde ich noch stärker. Das habe ich auch bei SKT oft gesehen. Ja, Korki hat halt, Korki pressiert halt anders. Also als Kassio. Kassio hat natürlich höheren Burst, hat CC, aber Korki kannst du halt nicht outplayen sozusagen. Korki ist auch ein Split besser. Das auf jeden Fall. Und der hat halt einen Escape. Ja. Also da sind nochmal Unterschiede. Aber hier ganz, ganz stark gemacht nochmal an der Stelle. Und da macht natürlich auch der Renekton wieder mehr Sinn, und bedeutet vor allem auch, dass der Top-Lainer erstmal Armor stacken muss, was sowohl Korki als auch Kogma erfreut. Ginsu ist schon länger fertig. Witsand scheint jetzt hier auch das nächste Item von Kogma zu werden. Extrem gutes Item, um eben Early-Game oder generell gegen viel AP-Schein im Gegner-Team klar zu kommen. Das hat man hier definitiv. Tristana, die einzige AD-Quelle. Also Flash-Wolf ist hier eigentlich echt gut aufgestellt. Mal schauen, wie TSM darauf reagiert. Verzögerte Hextrinker bei Maple. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen. Er hat die Lane quasi ohne Hextrinker easy überstanden und geht jetzt trotzdem noch auf Hextrinker. Der Schaden von Birx ist halt echt hoch, aber finde ich immer so ein bisschen ärgerlich. Ich finde Hextrinker ist mehr so ein Item, was du entweder kaufst, wenn du halt im Unity nicht irgendwie sowas wie eine Syndra hast oder so, die dich halt wegburstet, auch später, oder du baust es, wenn du es in der Lading-Face brauchst. Aber damit vielleicht argumentiert er auch, okay, ich habe jetzt hier drei Kills geholt, ich habe jetzt ein Gold-Lead, ich kann mir die Sicherheit erlauben, um TSM die Comeback-Chancen zu verringern, dann ist es okay, aber ich hätte mich da über ein bisschen offensichtlich Ich denke, es wird genau die Begründung sein, man wird sich kein QSS kaufen wollen, einfach weil es sich gerade nicht lohnt und dann entscheidet man sich für Hextrinker, was auch defensiv ist, aber gleichzeitig einen etwas aggressiveren Part noch mitbringt und hier auf der Bot-Lade hat man einfach noch Setschu mit runtergebracht und sich dadurch einen Tower-Dive und einen Kill ermöglicht. Turm wird mir jetzt auch einiges an Schaden machen können und in der Mitte ist man auch fröhlich dabei, Flash-Wars holt sich hier den nächsten Tower, jetzt nochmal der Catch-Versuch mit Setschu auf Svensgerin und der hat hier keine Chance, das Explosive fast noch genutzt, das reicht aber nicht, Jena heilt in der Zeit wieder komplett hoch und Flash-Wars, es sieht so aus, als könnten sie sich in ihrem letzten Game in dieser Gruppenphase nochmal ein Sieg holen. Nochmal schön Tiers immer ein Bein pissen, sehr, sehr gut. Vor allem mit Kogmar, mit dem Skin ist das halt perfekt umzusetzen und ohne den Baron bekommt man jetzt vielleicht sogar einen Tier-3-Tower. Jasma ist natürlich gefährlich, aber Betty spielt das gut runter, jetzt sind keine Vasallen mehr da, die den Turm tanken können, deswegen muss man sich nochmal zurückziehen. 10k Gold-Lead, Minute 20 für die Flash-Wolves, die hier noch nicht ein einziges Spiel auf dieser Weltmeisterschaft gewonnen haben und jetzt TSM, ein Team, was hier eigentlich bisher sehr, sehr gut ausgesehen hat, einfach mal so abfertigen, sehr starke Leistung hier bisher, der Renekton geht sehr gut auf, gemeinsam mit der Sijuani, immer noch 50 Farben vorne, 0% Chance für Chogart bei diesen Gangs irgendwie zu überleben, ist halt das Problem, Chogart ist ein sehr outplayloser Champion sozusagen, kann sich halt in vielen Situationen einfach nicht wehren, gerade hat man noch gesehen, in TSM ist sogar zu dritt zu Chogart hin rotiert, aber leider ein bisschen zu spät, waren deswegen nicht mehr in der Lage, Mitte zu verteidigen, haben den T2 und fast noch den T3-Turm verloren, also aktuell werden sie von Flash-Wolves sowohl auf Makro- als auch auf Mikro-Ebene outplayed und wenn sich das nicht bald drastisch ändert, dann ist das Spiel hier lost. Es sieht auch so schon sehr schlecht aus, weil das Scaling nicht unbedingt eindeutig für TSM spricht. Zwei Items jetzt hier gerade bei Koffmer, aber schauen wir mal, vielleicht kann sich TSM hier nochmal zurückkämpfen. die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben. Also sie haben halt auch gut skalierende Gems, sie dürfen sich jetzt bloß nicht irgendwie catchen lassen, genauso aber auch Maple, deswegen, er darf jetzt hier nicht von Sven Skirin abgeholt werden, es steht aber noch der Tier 1 Tower auf jeder Lane und die sind so gut wie nicht mal angekratzt, deswegen verteidigen ist gut möglich, vor allen Dingen, wenn Kasa noch dazu kommt, der Teleport ist auch da, damit ist jetzt MMD dabei und das erste Mal würde er sich jetzt so ein bisschen im Teamfight zeigen können, Sven Skirin, keine Chance, nicht gegen die beiden, der geht ja auf jeden Fall down, egal auf welche Art und Weise, ich würde lieber sehen, was auf der anderen Seite passiert, denn Sven Skirin, wie schon gesagt, er sollte nicht wegkommen können, wird die jetzt abgeholt, in der Zeit bekommt man sogar noch zwei weitere Kills auf Tristan und auf Show, Bjergsen, der Einzige, der sich hier so ein bisschen zur Wehr setzen kann, ihm wird aber gleich der Rückweg abgeschnitten werden von Betty und Sword Art, ja, Biofrost, den wird man wahrscheinlich in Ruhe lassen müssen, aber dafür bekommt man Bjergsen, die Frage ist nur, kann der noch MMD mitnehmen und das reicht nicht, Jena sogar mit der Old, der Mini wäre fast rausgelaufen und das sieht nach einem sehr guten Spiel für Flash Wars aus, Baron jetzt noch obendrauf und damit kannst du dann auf jeden Fall die gegnerische Base knacken, vielleicht sogar noch einen Bergdach, in dem man sich nachher holen wird, Also wir haben bei diesen Worlds schon zweimal Comebacks gesehen von so einem großen Defizit, aber ganz, ganz große Abers kommen jetzt, das waren zwei koreanische Teams, das darf man nicht vergessen und das waren zwei koreanische Teams mit einer Godlike Teamfight, aber um nochmal hier kurz darauf sprechen zu kommen, richtig stark gemacht von Maple, mit der Walküre in Svenskirin rein, hat er genug Distanz gut gemacht, um außerhalb von dem Miasma zu stehen und flashen zu können, was wiederum genug Zeit bedeutet hat, um für Karsa seine Mitländer hier zu helfen und dann hat man hier halt einfach die Gegner outdamagen können, Doublelift hat versucht, 1v1 gegen Betty zu spielen, das kann er zu dem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise, also das war auch wieder leider ein grober, grober Fehler, ich meine, Betty ist Poolage spielt, Doublelift tot und dann klingt man das Ganze jetzt hier nochmal, MMD hier tatsächlich fast noch gestorben, also der hätte hier wirklich nicht mehr reingehen sollen, das Schild hätte auch auf MMD gehen können, anstatt auf Betty, aber die General-Ultimate hat ja dann zum Glück nochmal gereicht, aber das war wahrscheinlich nochmal ein bisschen knapp. Ich glaube, der Schild war tatsächlich nicht schlecht, weil du wärst nicht rechtzeitig zu MMD gekommen und so hast du mehr Schaden gemacht und Bjergsen früher getötet, aber Kleinigkeiten, über die man sich jetzt auf jeden Fall nicht streiten muss. TSM, die werden sich jetzt nochmal streiten müssen, nämlich wahrscheinlich um einen der vorderen Plätze in ihrer Gruppe, denn wenn Misfits gewinnt, haben wir einen Three-Way-Tie, wenn Team WE gewinnt, dann haben wir auf jeden Fall nochmal ein normales Unentschieden-Match, glaube ich, zwischen Misfits und TSM, obwohl, nee, oh mein Gott, das Engage, das kannst du nicht aufhalten. Da geht man einfach nochmal rein, Bjergsen, derjenige, der einfach weggeschnitzelt wird, MMD, sliced einfach durch. Man denkt sich immer, Kogma ist ein Tank-Shredder, aber der hat gerade Doublelift einfach mal komplett ausradiert und das innerhalb von, was, zwei Sekunden mitten im Sprung, Flash Wolves, wollen sich dieses Spiel jetzt hier nach nicht mal 25 Minuten sichern, diven gerade am Nexus, TSM, drei gegen fünf, MMD, tankt alles weg. Bjergsen geht halt einfach down, ein MMD, der heißt nicht nur Tanky, der hat auch Damage und Hauntzer, tja, der wird auch noch dran glauben müssen, Biofrost kann sich zwar in die Base retten, aber das Spiel würde nicht mehr retten können, Flash Wolves mit ihrem ersten Sieg, TSM jetzt mit 3-2 und das bedeutet, es wird jetzt nochmal sehr spannend, wie das nächste Game ausgeht. Das ist wirklich das Flash Wolves, was man sich hier eigentlich bei diesen Wolves erwartet hat, als First Seat von der LMS hier reingegangen, mit eigentlich realistischen Chancen, es aus dieser Gruppe rauszumachen, dann leider in fünf Spielen, gleichlich versagt, einige gute Ansätze gehabt, aber jetzt hier im letzten, finalen sechsten Spiel, zumindest ein Sieg mit nach Hause holen können, das heißt wenigstens eine bessere Bilanz als 1907 Ferne Batsche und damit jetzt TSM den Tag nochmal ein bisschen versalzen, denn die stehen jetzt 3-3, wie du angesprochen hast und wenn wir auf die Standings von World Elite und Misfits schauen, dann haben wir bei World Elite 4-1 und bei Misfits 3-2. Das bedeutet, sollte Misfits das Spiel gegen World Elite gewinnen, gibt es einen Tiebreaker zwischen nochmal genau diesen beiden Teams, dann haben wir also World Elite gegen Misfits zweimal hintereinander und sollte World Elite das Ganze gewinnen, haben wir einen Tiebreaker zwischen Misfits und TSM, um den zweiten Platz in der Gruppe. Das bedeutet also, dass Misfits jetzt ihr eigenes Schicksal in der Hand hat. Wenn Misfits gewinnt, sind sie safe weiter, ob als erster oder zweiter Seed entscheidet sich dann, wenn Misfits nicht gewinnt, haben sie hier immer noch ihr Verhängnis in der Hand, indem sie gegen TSM nochmal spielen dürfen, sich revanchieren dürfen. TSM allerdings haben mit dieser Niederlage ihren Einfluss mehr oder weniger verspielt und müssen jetzt darauf hoffen, dass World Elite gegen Misfits ein zweites Mal gewinnt. Ja. Kennt ihr diese wunderbaren Verschwörungstheorien, die immer super lange gehen? Das ist die L-Szene, die wir zeigen müssen. Wo alle Leute irgendwelche Fakten zusammensuchen und immer diese riesigen Border haben, wo halt Bilder dran kleben und irgendwelche roten Fäden zueinander gezogen. So sind so die Theorien, wie welches Tiebreaker-Game kommt. Einfach super verwirrend und überhaupt nicht anschaulich. Aber wir werden gleich einfach sehen, wer nach dem nächsten Match spielt. Wen wir als nächstes haben, das ist tatsächlich Team WWE gegen Misfits. Da wird es nochmal sehr spannend werden. Beide Teams haben heute was Early-Game-lastiges probiert, aber auch Late-Game. Also sie können beide sehr viel. Ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir was anderes. Power of Evil hat zum Beispiel auf Instagram angekündigt, er könnte vielleicht Rhythm spielen. In der Mitte. Mal gucken. Mal gucken, was da rumkommt. Ja, es war aber nicht er, der Yasuo gespielt hat. So viel muss man ja sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann sehen wir uns wieder. Bleibt dran. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Es waren noch verrückte Games. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.